Man sieht das Gesicht nicht, das ist scheiße, warte ich mal. Da muss man bleiben, da muss man bleiben. Zurück, zurück. Zurück, du Hund. Du musst weiter zurück, Nennart. Ja, so ist optimal. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Er sieht mit diesem Mantel aus wie so ein gescheiterter Kommissar. Er dürfte doch dann kriegen, Jacke, vor allem, ey. Krass. Alter, mit der Maske müssen wir mal auf den Demo gehen, ob ich überhaupt erkennen bin, dass es eine Maske ist, wenn das so neben dir nicht erläuft. Bilder von direkt neben dem Bullen, da läuft da so ein Typ lang mit dieser geilen Maske. Der muss noch ein Stück zurückgehen, aber jetzt. Voll der krasse Freak, ey. Voll der Hausmeister, ey. Wie der Typ einfach aussieht, das geht gar nicht. Seine Hände sieht man überhaupt gar nicht, das ist das Geile. Seine Hände sieht man überhaupt gar nicht, das ist das Geile. Seine Hände sieht man überhaupt gar nicht. Seine Hände sieht man überhaupt gar nicht. Der ist aber gut. Der ist aber gut. Der ist aber gut. Das ist das geilste. Tschüss zurück. Was ist das für Scheiß? Ich habe jetzt am ersten Mal seit einem echten Eindruck. Nein! Steht voll der Alte drauf. Er ist total erschütternd über das was er gemacht hat. Die Maske zeigt er keine Emotionen. Er guckt nicht an. Super. Hört auf. Aufhören. Worst. Hör auf. Maskenmann, hör auf. Hört auf beide. Beide aufhören. Beide aufhören. Ja. Hör auf. Hör auf. Du Scheiße. Pass auf zu mir das Gesicht. Hör auf. 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 Hör auf.